Hallo und herzlich willkommen bei Retro Gaming. Ich bin natürlich auf die Jagd machen Ticket und heute habe ich das Spiel Wasch Royale Tower Defense. Viel Spaß. Okay, mein Account ist irgendwie, naja weg nicht. Ich kann mich nicht anmelden über mein Account. Oder ist es vielleicht auch weg? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich jetzt so mal das Tutorial durch. Genau. Und schauen wir es bald dabei herum. Und... Tup, 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 tup. Stufe 1 fertig. Okay. Tutorial. Schritt Nummer 2. Punktui kann man nicht mehr sagen. Punktui kann man nicht mehr sehen. Punktui, ein Teil simpl renunden kann. Punktui, oh kein Musik undiggly. Genau. Schritt Nummer zwei auf, fertig. Ich glaube, nur noch zwei Schritte gibt es. Das ist jetzt Schritt drei und danach gibt es auch noch Schritt vier. Und das war Schritt Nummer drei. Jetzt kommt noch dieser Mann hier. Die Blockade. Die Blockade. Wuh, 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 Wuh! das war schritt nummer vier also tutorial ist schnell durchgespielt mal kurz gucken hier also also die 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 Vielleicht geht es ja lang. Okay, der, der spielt, das Spiel war gerade wieder abgestürzt. Deswegen probiere ich jetzt nicht nochmal auf ihn. Wird anderes veröffentlicht. Wird man mal aufwärten. So, haben wir das gemacht. Jetzt, den haben wir neu, den haben wir neu und alles neu. Talent. Talent. Und Schuss. Talent. Okay. Haben wir noch was hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Stück nehmen wir mit. Okay. Geschenk. Geschenk nehmen wir auch noch mit. Ich könnte mir hier noch ein Video anschauen für weitere Geschenke. Oder hier wieder anschauen für die Sammlung. Das mache ich aber nicht. Sonst stürzt vielleicht wieder das Spiel ab. Ja. Ja. Pustig. Okay. Haben wir das auch gemacht. Dann gehen wir auf Kampf. Leute sind drinnen. Leute sind drinnen. Belohnung sammeln. Sammeln. Zack. Öffnen. Zack. Und. Wir machen eine. Kann ich noch mal was machen? Eine. Doch. Also grün ist Level 3. Rot ist Level 2. Und der ist noch. Der wird rein. Die muss ich reinsetzen. Die muss ich reinsetzen. Den nehme ich raus. Den da. Warte mal. Wie war das? Auswählen. So. Genau. In Form. Talente. 3. 3. 2. Jetzt. Einmal PvP und eine Koop-Runde. Zack. Und. Und. schneller. Oh. Der andere ist schon viel weit als ich. Aber. was jetzt weiter er hat schon hier den neu und den feuer typen das war mein sieg besammelt damit die anschauen nein will ich nicht also weiter jetzt war mein runde koop da will ich sagen das war es auch schon wieder für heute geld geholt kann ich noch einsammeln das kann ich mich noch stärker machen aber mit den auswählen zack level da 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 und dann immer noch den blitzi blitzi Den Blitzmark, ja, wir sehen, erfeuere mich ja doch gerade, hm, dann werde ich den rausholen und den wieder rein, auswählen, okay, Level 3, Level 3, die anderen sind Level 2, 3, 3, dann gehe ich auf den Kampf auf der Koop-Mission und spiele die Runde 1, ne, ich habe keine Schutzkarte, hm, hm, egal, so, mache ich jetzt erst mal hier die ganze Seite voll, oder, was soll da drauf drücken, gleich, und werde 3, und, äh, 4, 3 Wellen vom Boss, hm, 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 so, dann werden wir jetzt mal, alles sortieren, so, dann werden wir jetzt mal, noch eine Welle voll im Boss, noch eine Welle voll im Boss, und der Boss, ist, ist, ist auf der Weg, und, gar nicht zu Ende für den Kopf, Nächste Runde. 15 Welle gibt es, Welle 8 ist es. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Ich glaube ich hoffe noch nicht. Ich bin schon wieder im Frostmacht. Okay. Ich hoffe wieder alles voll zu machen. Okay. Okay. Nein. Verloren. Boah, der hat 380 Schan gemacht. Ich habe nur 232. Verrückt. Verrückt ist die Welt. Haben wir nicht geschafft, die erste. Da bin ich noch ein bisschen zu schwach für. Sonst noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube das war es dann auch schon. Arena 5. Okay. Gut. Das war es dann. Dann sage ich mal an Schiff für Susehen. Ich würde mich freuen. Erstmal muss ich das Spiel beenden. Ich muss mein Ticket holen. Verlaufen. Vielen Dank für's Zuschauen, ich würde mich freuen, dass ihr auf Wiedersehen seid, bis dann bestimmt viel Spaß und auf Wiedersehen.